Im Universum, in Billionen von Jahren, wird er aufgebaut sein. Und wenn es keinen Wasserschliff mehr gibt, entstehen auch keine neuen Sterne mehr. Wir leben in einer sehr kurzen Periode in der Geschichte des Universums, in der noch Sterne den Himmel erleuchten und Leben schaffen, wie wir es kennen. Das bleibt aber nicht so für immer. Denn dann gehen die Lichter aus. Zuerst werden die massereichen Sterne ausgebrannt sein, dann die Mitte groß sind, wie unsere Sonne. Zum Schluss bleiben nur noch die Pflanzen. Die Billionen von Jahren später werden auch sie vergangene sein.